Radonbad. Radonbad ist eine Anwendung in der sogenannten Radon-Balneologie. Balneologie ist die Bäderheilkunde, die vor allem in Kurorten stattgefunden hat. Und es gab die Theorie, dass Radon hilfreich sei bei der Behandlung von Krankheiten. Insbesondere hatte man gedacht, dass Radon das menschliche Immunsystem stimulieren würde und Krankheiten lindern würde. Die positive Wirkung des Radons ist nicht nachgewiesen. Allerdings hat Radon eine gewisse Radioaktivität. Zwar ist die Radioaktivität nicht übermäßig groß, aber sie ist nicht vernachlässigbar. Und in manchen Kurorten, zum Beispiel Bad Kreuznach, gab es Radonbäder, zum einen in Form einer Trinkkur mit Radonwasser, auch in Form von Baden in radonhaltigem Wasser, aber vor allen Dingen Aufenthalt in radonhaltiger Luft. Zum Beispiel gab es in Bad Kreuznach einen Bergwerkstollen, wo radonhaltige Luft ist. Heutzutage ist der Aufenthalt in radonhaltigen Bergwerkstollen nicht mehr so empfehlenswert und auch andere Formen der Radonbäder oder Trinkkur mit Radonwasser ist eher mit Vorsicht zu genießen.